Was sind die Ursachen von Schilddrüsenkrebs? Die Schilddrüse ist Teil des Endokrinensystems und produziert Hormone, die den Stoffwechsel des Körpers regulieren. In der Schilddrüse wachsen gesunde Zellen normalerweise, teilen sich und hören dann auf, sich systematisch zu teilen. Schilddrüsenkrebs beginnt, wenn Zellen ihre Fähigkeit verlieren, sich nicht mehr zu vermehren. Dann sterben sie wie gewohnt, sondern teilen sich und vermehren sich, wenn sie nicht mehr benötigt werden, und bilden schließlich einen Tumor. Bis Anfang 2011 hatten medizinische Forscher keine genauen Ursachen für Schilddrüsenkrebs festgestellt. Es wird anerkannt, dass Gene eine zentrale Rolle als eine der Ursachen für Schilddrüsenkrebs spielen. Es wurde jedoch auch festgestellt, dass unabhängige Risikofaktoren wie Strahlung, Alter und Geschlecht mit der Entwicklung von Schilddrüsenkrebs in Zusammenhang stehen, so dass die relative Bedeutung von Genen im Verhältnis zum Risiko steht. Faktoren als Ursachen für Schilddrüsenkrebs sind Wissenschaftlern unklar geblieben. Es gibt vier Haupttypen von Schilddrüsenkrebs, papillär, follikulär, anaplastisch und medulär. Papillare und follikuläre Erkrankungen sind bei weitem die häufigsten Arten von Schilddrüsenkrebs. Bei diesen Formen konnten medizinische Forscher nachweisen, dass bei einem signifikanten Prozentsatz dieser Krebsarten Genmutationen vorliegen. Sowohl für die anaplastische als auch für die meduläre Form des Schilddrüsenkarzinums wurde ebenfalls eine genetische Verbindung festgestellt, jedoch in einem geringeren Prozentsatz. Neben der Genetik haben medizinische Forscher mehrere unabhängige Risikofaktoren als Ursachen für Schilddrüsenkrebs identifiziert. Die häufigsten Risikofaktoren unter den Ursachen von Schilddrüsenkrebs sind Strahlenbelastung, Familienanamnese und Jodmangel. Geschlecht, Alter und Rasse sind ebenfalls bekannte Risikofaktoren. Hohe Strahlenbelastung ist ein nachgewiesener Risikofaktor für Schilddrüsenkrebs. Strahlenbehandlungen an Kopf und Nacken aus medizinischen Gründen sind eine Quelle für Personen, die eine hohe Strahlendosis erhalten. Fall-out durch das Testen und den Einsatz von Atomwaffen ist ein anderer. Schließlich können auch Atomunfälle zu Strahlenbelastung führen. Die Strahlenexposition als Kind birgt im Erwachsenenalter ein höheres Risiko als die Exposition. Eine familiäre Kropfanamnese, bei der es sich um eine gutartige Vergrößerung der Schilddrüse handelt, ist ein Risikofaktor für Schilddrüsenkrebs. Bestimmte Erbkrankheiten wie die Kodinkrankheit erhöhen ebenfalls das Risiko. Einige Formen von Schilddrüsenkrebs treten in Familien auf, weil Gene defekt sind, die vererbt werden. Diäten, die zu wenig Jod enthalten, sind Risikofaktoren für papillären und follikulären Schilddrüsenkrebs. Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen Schilddrüsenkrebs bekommen, höher, ebenso wie die Wahrscheinlichkeit, dass sie älter als 40 Jahre sind, und in den Vereinigten Staaten die Wahrscheinlichkeit, dass sie kaukasier sind.